hallo und willkommen zu einem weiteren part von joker der unsterbliche willkommen ja der quatsch jetzt hier ein bisschen willkommen zu einem weiteren part von batman arkham city hört doch mal auf zu quatschen joker ich will hier wir haben im letzten part den wandertower da ein bisschen demoliert strange besiegt strange ist jetzt tot kassel google ist auch tot er wird natürlich durch seine lager aus gut wiederbelebt jetzt wäre immer scheiß joker zum schweigen das geht mir auf den sack jetzt hier drin und dann wird er endlich schweigen man 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 wir haben seine scharfschützen ausgeschaltet hat ziemlich lange gedauert er hatte einige scharfschützen hier am theater platziert wir haben die stelle inspiziert wo brunes vanes eltern gestorben sind the terror the end die show wird in kürze beginnt der talia hat ja batman im hinweis an ihrem revier den sender platziert hatte das war nicht nötig wieso du hättest es nie getan ich hatte keine wahl man hat immer eine wahl ich musste dich retten harley quinn hat es für ihn gestohlen ich habe es zurückgeholt sie hat harley das heimittel abgenommen und aber ob es sogar jetzt wieder besser aussieht wissen wir nicht die verhärtsschung oh mr j du siehst toll aus klingeley hier hält man etwas vor dem größten detektiv der ganzen welt geheim weißt du es man platziert das geheimnis direkt vor seiner langen spitzen nase und man fällt ja joker will dass man ihn verkrankt ums erwischt bis auf den alten falscher joker witz reingefallen werden talia das war natürlich wieder mal ein doppelgänger ich wusste es nicht keine ahnung was das für typen sind ob das irgendwie doppelgänger sind oder klone oder keine ahnung kann man ja manchmal verwirrend nicht wahr an deiner stelle würde ich bestimmt gerne wissen was zum teufel hier los ist sagen wir es so in augenblicken wie diesen ist es wichtig den anschein zu wahren aber vorher sei doch so nett und und gib mir mein Halt nein es ist wie heißt der nochmal na der seine form verändern kann dieser hier ähm clayface genau du warst doch hier gar nicht eingesperrt warum hilfst du dem joker ganz einfach so eine rolle kriegt man nur einmal genau jetzt müssen wir gegen ihn kämpfen jetzt müssen wir gegen den typen kämpfen jetzt müssen wir gegen den typen kämpfen jetzt kann ich mir was muss man hier eigentlich machen ja viel schaden macht er aber auch nicht ach so er ist jetzt da reingerollt ok ok muss ich jetzt dazu kriegen verdammt ich bin doch ausgewichen toll er ist nicht darin gerollt ja der ist der der ne kann bei der wu nicht mehr als nächstes verkörper ich dich Batman ja also der joker hat getrickst indem er halt irgendwie clayface dazu überredet hat seine gestalt anzunehmen und hat damit alle irgendwie rin gelegt warum auch immer wie auch immer er das geschafft hat was er ja toll ey Mann ey ey ok hier muss man kann man kuntern ok Nummer eins ich habe doch drauf gedrückt verdammt ja das gibt es nicht zack nur zwei hallo Batman werft steh nicht einfach so rum darfst du denn überhaupt mit messern spielen batz was zum teufel treibst du da batz ok er hat ne zweite stufe na toll du sollst batman umlegen hast du das schon vergessen aber wir haben ja noch ein paar von diesen Mann ey natürlich oh ja natürlich jetzt rollt er zweimal ist richtig oh Mann ey der kann den ganzen Raum abdecken der Sack ich habe drauf gedrückt ich habe auf ausweichen gedrückt verdammt ey ja 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 na toll jetzt muss ich den kampf 10 mal hier machen oder wat ok wir brauchen nur die zweite Runde nochmal machen sehr schön ja ist klar ok ok jetzt wird er gleich wieder seine Rolle machen ok jetzt wird er gleich wieder seine Rolle machen ey Batman oder auch nicht jetzt sehr schön hat getroffen Mann ey Mann ey gut gute Position ich bin noch warum funktioniert manchmal nicht jawoll sehr schön was was machst du da sag 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 ja ja natürlich können wir damit nicht töten ist ja nicht so dass es noch eine Dame gäbe die du retten müsstest oder aber ja tut mir leid unpassend würde ein tapetenwechsel deinen Schmerz etwas lindern ja geht noch weiter freunde geht noch weiter toll ja we we ja ja halt immer diese typischen netzeln ja wie sagt monster aus schlamm oder matsch zu besiegen ist natürlich nicht so ganz einfach so war ich mit einem schwert bühnenausgang rechts interessanter anrufenotrophäe ich habe eine verabredung mit der unsterblichkeit ja hier unten ist die richtige hier ist ja die Lazarusgrube wer zerstört sie damit sogar nicht unsterblich wird schnell das heilmittel worauf wartest du noch ich habe deine freundin umgelegt gotham vergiftet und verdammt es ist noch nicht mal frühstückszeit aber wir alle wissen dass du mich retten wirst alle entscheidungen die du je gefällt hast zogen elend und tod nach sich menschen sterben ich halte dich auf du bricht aus und tust es wieder sie ist als eine art running bist du jetzt zu finden willst du mal was echt komisches hören selbst nach allem was du getan hast hätte ich dich gerettet ja batman ist eben ein ehrenhafter mann er tötet seine gegner nicht nicht wahr das ist allerdings ziemlich komisch ja damit ist joker tot aber das spiel ist noch nicht vorbei wie gesagt wir haben ja noch einige aufgaben zu erledigen wir haben sie ja im sterback gefesselt vorgefunden kann sein dass äh koordinieren sie talia sie gefesselt hat dass sie sie praktisch im letzten moment noch irgendwie aufgehalten hat oder abgefangen hat verdammt was ist da drin passiert batman was ist passiert was ist das was ist das was ist das vorgängerteil vorgängerteil in arkham asylum die das titanzeug gespritzt hat hier kommen jetzt die credits ja schon mal ein kleines fazit vielleicht zu dem spiel ich fand sowohl den ersten teil arkham asylum als auch diesen wirklich sehr schönes spiel macht viel spaß die stadt zu erkunden die trophäen zu suchen die auch die story ja war wie gesagt basiert bisschen auf den vorgänger natürlich den vorgänger hat hat joker dafür gesorgt dass im gefängnis von blackgate ein feuer ausgebrochen und seine ganzen und da seine ganze scherben halt nach arkham asylum verlegt wurden und hat da einen ausstand halt vor dem zaub gebrochen weil er die titanformel wollte und jetzt hat er irgendwie geschafft den titan rauszuschmuckeln und er hat sich selbst injiziert am ende von arkham asylum wo man halt mit ihm gegen ihn in seiner titan gestalt halt kämpfen musste und ja er hat halt anscheinend irgendwie auch was rausgeschmuggelt da setzt die story halt an dass er durch seine durch diese injektion von titan anscheinend eine schwere krankheit erlitten hat und ja wie gesagt wir haben vieles viele bekannte gegner von batman getroffen und ja wie gesagt man mag da unterschiedliche meinungen aber ich fand auch grafisch ist das spiel sehr schön gemacht eigentlich und auch ja die akustische untermalung ist sich da sehr sehr schön sehr gut gemacht und wie gesagt auch die tatsache dass man halt auch cat moment spielen kann erweitert das ganze nochmal ein bisschen und ja wie gesagt wir werden noch weiter spielen weil zumindest noch die ganzen auf dem aufgaben weiter erfüllen werden die die trofäen werde ich zum größten erdenken einen verpassten anruf seit dem vergangene zeit drei stunden ok 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 Ja, kann ich besonders gut singen? Ja, eigentlich ein bekannter Schlager. Er möchte jetzt natürlich nicht unbedingt rüberquatschen über das schlecht gesungene Lied hier. Ja, 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 ja. Ja, ja, wie gesagt, grafisch fand ich auch musikalisch gut unterlegt alles und so weiter, dass man Kettmauer halt spielen konnte. Ja, die Steuerung, ja, im Großen und Ganzen, okay, spielt sich schon gut und flüssig. Ja, wie gesagt, mit den Kämpfen, dass er oft einen Gegner trifft, sich dann aber abwendet und ganz woanders hin kämpft, mit der Luft oder so. Das finde ich irgendwie sehr merkwürdig, ob das so gewollt ist oder ob ich da einfach nur falsch kämpfe oder ich habe keine Ahnung. Aber ansonsten, seine ganzen Gadgets funktionieren auch relativ ordentlich. Ja, wie gesagt, ja, das Fernsteuer-Betterang halt kann einen Nerven kosten, weil halt, ja, die Hitbox des Betterangs einfach mega groß ist, dass man teilweise durch sehr enge Schächte und Löcher fliegen muss und so weiter. Da hätte man vielleicht ein klein bisschen, ein bisschen eingrenzen können, dass man da, dass die Hitbox etwas kleiner, dass man da besser durchkommt oder entsprechend die Löcher halt größer. Aber ansonsten, eigentlich alles ganz okay. Da kann ich das abbrechen. Zurück. Ich breche das jetzt mal ab. Weil wir müssen ja nicht, die Credits sind nicht so interessant, finde ich. Da sind die wichtigsten, denke ich mal, auch gesehen, was jetzt alles noch kommt, ist sowieso nur speichern. Joke und einzusammeln und aus dieser verdammten Stadt zu verschwinden. Okay, jetzt sind wir schon wieder Catwoman. Faktorzeichnung. Neue Hauptmission sogar. Gute Catwomans. Beute und... Aha. Okay. Das heißt, wir müssen auch zu ihrem Haus. Wir werden da noch ein paar Trophäen sein. Was ist denn hier? Ach ja, hier dürfte der Goodie-Deckel sein, der zum Trisor geführt hat. Können wir jetzt eigentlich... Ja, wie gesagt, wird die Geschichte... Soll Gotham doch im Dreck untergehen. Ist auch so dreckig genug. Ich muss hier weg. Ich will irgendwo hin, wo Leute sich nicht wie Fledermäuse oder Clowns verkleiden. Oder... Warte mal, wir werden mal schnell. Und dann können wir hier... Catwoman ist hier! Die können wir nicht bis zu nah dran. Catwoman ist hier! Catwoman ist hier! Ja, wir sind mit denen perfekt weg. Irgendwann anderem. Ich glaube, dieses Gebäude hier eigentlich nicht da relativ ordentlich für. Versteck dich, du Katzenluder! Was ist Catwoman? Traust du dich nicht an mich ran? So, von hier? Okay, wir haben es geschafft. Das ist Catwoman und nicht Batman! Tötet sie! Man, hört mich doch auch da immer da runter zu schmeißen. Ihr scheiß Idioten! Mann, hör auf damit! Ja, wir müssen wir natürlich selbstverständlich nicht, aber ich würde es schon gern tun. Ja, wie ihr seht, einer ist immer noch gesperrt. Schnell Peitschenangriffe, führe einen Sprungangriff durch, drei benötigt. Rallklettern, ja, wie gesagt, das mache ich offscreen und hier setze eine Spezialkombo Speitschen, Peitschenfigur ein und eine Spezialkompeitschenfalle in einer Combo. Okay, das sollten wir vielleicht hinkriegen, obwohl einer kommt, wo es auch nicht einfach ist, das heißt, da wir die Combo nicht abreißen. Erstmal wollen wir da hinten hin, da war irgendwo noch eine Catwoman-Trophäe. Hier. Ja, nicht auf die Autos. Ja. Kommen wir da von der anderen Seite hin? Ich glaube... Ah ja, da können wir jetzt... hier müssten wir jetzt reinkommen da waren wir noch schon drin ne da können wir jetzt reinkommen wir haben jetzt den Tiger Code aber natürlich nicht mit Catwoman weil sie hat ja nicht diese ein Kodierungsgerät Geschichte so nehmen wir noch ein paar Trophäen hier mit und ich sag mal die Aufgaben die noch ausstehen werden wir natürlich alle noch beenden das und auch ich glaub Catwoman hat auch noch ne Aufgabe ok war ganz gut aber waren halt nicht acht ok Catwoman zuhause ok hinter mir ist noch eben direkt vor mir auch noch ach da unten genau sicher doch ich wusste immer schon dass du feige bist sie fürchtet sich vor mir sie fürchtet sich vor mir Mann du sollst klettern hallo klettern wo sie denn jetzt hier noch da wo sie denn jetzt hier noch da wo sie denn jetzt hier noch da Mann ey ne 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 hier sind keine irgendwo hab ich doch eh ne quatschen hören sind die da unten egal ups eine bombe ist sie tot sekunde sie wacht auf verdammt was machen wir jetzt ja Katzen haben natürlich bekanntlicherweise neuen leben ja schärgen hier wo ist das das ist das 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 ist das ist das 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 wo sind meine sachen sag es mir oder ich nehme dich stück für stück auseinander two face hat sie er ist im museum ok danke du hast dich also entschlossen zurückgekrochen zu kommen schade hinten ist sie also ein bisschen zerrissen für allemal manieren beibringen ja two face äh da ist das gericht ah ne wir sind ja schon hier ist das gericht genau wo in der nase so löst man damit auch noch eine nebenmission aus so löst man damit auch noch eine nebenmission aus zuhören ich werde das nur einmal sagen wie ihr alle wisst ist der boss zurzeit im museum er hat pläne große pläne für diesen laden und bevor ihr danach fragt ich kenne sie auch nicht wer will dass wir den laden in der zwischenzeit im auge behalten fragt nicht wieso aber irgendwas hier ist fauler als der clown ist mittlerweile ja wir haben es geschafft gut sehr schön zu breiten mama hat er verbunden frauen zu schlafen ich leg dich um du schlampe wir werden dich erläufen kätzchen hier schlag ich den schädel ein ja schneller kurioser kampf wir haben tatsächlich diese trophäe diese herausforderung geschaffen mit dieser zwei dinger in einer und jetzt ja so museum so museum so museum sollen wir auch hier ist alles dicht guckt man hier überhaupt wieder raus guckt man hier eigentlich vorne wieder raus jetzt hier anscheinend nicht ok dann müssen wir halt hinten raus gehen ja ich denke mal klettern dankeschön da ist eben die Tastbedingungen mit mehreren dingern auf einer taste ja da kann ich schon vorgeben wenn sie klettern soll dass sie dann ihre scheiß ausweichmus macht aber naja ist halt so ne also wir haben jetzt das ende gesehen wir haben jokers vielleicht ich habe gedrückt verdammt nochmal ich habe gedrückt verdammt nochmal ja wie gesagt mit den acht dingern werde ich schon noch versuchen aufs screen zu machen aber das ist jetzt nicht so wichtig das geht da in dem haus mit dieser roten leuchtschrift geht das glaube ich ganz gut oder hier das ist ja denkfass genau so dieses haus da da dürfte das ganz gut gehen was ich mir das bett knall die hängen immer noch hier am tresorraum rum oder was ich kann nur hoffen strange ist langsam und elendig krepiert genau hoffen wir alle nein das war keine acht perfekt dinge wo muss ich denn hin das ist wahrscheinlich auch in der richtung muss sein ja in der richtung also die wird auf auf dem gebäude sein muss ich sagen im gebäude haben wir doch alles schon in der u-bahn sind noch welche ja hier wäre jetzt vornehmen oder ach nee bei bett bei bett bei catwoman werden wahrscheinlich nur ihre angezeigt deswegen die sind noch hier seht noch eine ganze menge überall auch die holen wir natürlich noch aber hier beende ich jetzt mal den part der wird schon wieder sehr lang sein und ja vielen dank fürs zusehen und wir sehen uns dann wenn wir die restlichen trophäen holen die letzten aufgaben noch alle bewältigen und so weiter und später wird es natürlich auch noch das DRC geben Harley's Revenge also bis dran meine Freunde bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal